das ist halt der schöne daran wenn man alles hat ja wie spät wir schon wieder haben das ist unglaublich so meine farbkiste da kommt das rein ja eigentlich wollten wir auch um eins anfangen aber wann haben wir angefangen kurz noch zwei ja gut ich habe eine halbe stunde drum gebürtet gebe ich auch noch zu er ist ja gut aber nicht warum sind denn die kürbisse ach die kürbisse sind auch die kürbisse sind voll die eier sind auch voll ach du scheiße ist ja alles voll die können auch nichts mehr machen dann können wir die förderung anschalten du bist voll ich bin voll 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 dann machen wir es kurz zucker 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 ich kann eigentlich mal ein bisschen zucker wieder herstellen kann man das mal nachher ja meine gute backfabrik ich habe mit dem schokowurst noch nichts gemacht ich habe das ja eigentlich nur für die schokowurst gemacht man glaubt es kaum den ganzen auf hat diese ganze ding drumherum nur für die schokowurst na gut dass jetzt die kürbiskuchen jetzt dabei entstanden sind wow das ist jetzt auch nur ein zufall weil das programm die auswahl mir gab zwei zu erstellen so mach mal fertig hier ich helfe dir mal ich nehme ein paar 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 stecks das haben wir mal raus und packt hier rein dann habe ich das schon hinter mir nein den zucker muss ich abschalten jetzt habe ich nämlich keinen bambus mehr gleich hier drinnen das ist einfach nur zu übertrieben was hier manchmal entstanden ist was ja ich habe beides geschafft also gut ist ja nur ein fingerdruck die aufnahme zu wenden und geben schnell rüber zu switchen coaca der glaube unerwartet ich bin krank alter krank am komp b kreis dh 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 Hallo ich weiß gar nicht wo die der versoh лучskin accessos und lösen lassen Ja, hinflöten. Boomkin, boomkin, boomkin. Walnuts hab ich noch so viele. Ich hab noch so viel Jujo-Metal. Wolle hab ich noch drin, ja. Färberei hab ich noch Bock drauf, die kann ich auch noch irgendwohin machen. Ja, mach das. Das Gebäude wird so aussehen wie ein Schaf oder so. Ja, ja, ach kacke. Ich wollte auch in den Keller gehen und auch Tate Gates machen. Ja, ein paar stehen hier oben schon. Dann hab ich das nämlich fertig. Ich bin mir nicht eigentlich auch in den Keller gegangen. Eigentlich. Wie weit hab ich, wie viel hab ich denn noch? Automatic Gates 24, die reichen mir aber nicht. Hab ich hier mal sortiert? Ja, gib mal Stoff hier, ne. Was denn zieht er denn dann? Was zieht er denn? Automatic Gates hier? Ach, genau, die pulsierenden Chips hab ich davon noch. Ich hab 64 Stück. Freilie. Hast du hier sortiert, oder hab ich das? Ich hab doch nix sortiert. Hier ist was sortiert. Ja, gut. Weiß ich nicht. Aber hier ist einfach nur sortiert. Das ist komisch. Boah, das weiß ich nicht. Ich weiß, wir gehen nicht, warum das sortiert ist hier. Hm. Keine Ahnung. Okay, wenn du keine Ahnung hast und ich keine Ahnung, dann lass ich das jetzt so laufen. Ja. Egal. So. Muss jetzt mal sein. Wieso? Ja, hallo. Fahrstuhlfahren ist umsonst. Für meine Nase. Hehehe. Bin da. So. Oh, tache dick geht's. So. Wir brauchen die goldenen Pipes. Sicherlich. Iron Pipes auch sowieso. Jo. Hm. Die automatischen Pipes brauchen wir. Jo. Hm. Diamant Pipes. Jo. Wir brauchen die Insation Transport Pipes. So brauchen wir ein paar mehr. Dann nehmen wir ein paar mehr Gold Pipes mit. Und dann haben wir zwei Stecks mit. Hm. Sind das, was bräuchte noch? Apple Oak. Links, was wir hier. Hm. Apple Oak ist das, äh, hier. Eichen. Hm. Wo halbfeder am Drax oder was? Nö. Aber das ist genau das gleiche. Genau wie Birch heißt es, äh, Silver. Ja, was heißt das? Es ist ja nochmal Birch gewesen. Boah. Na, warte mal. Die sind glaub ich hier drüben. Oder? Birch. Ich weiß es nicht. Also Birch ist irgendwas mit Silber. Irgendwas mit Silber. Sind auf jeden Fall die gleichen Sitzlinge immer. Hm. Das ist ja auch nicht Fichte, sondern auch irgendwas anderes. Das ist... Ach, weiß nicht warum. Wieso? Warum nicht. Warum macht... Warum ihr so komisch? Und da kann ich mir noch eine Tasche machen. Nur für Pipes. Nein. Und zwar in... Oh, in welcher Farbe? In der Jodo-Sweck-Farbe? In Lila oder so? In Philipp, Philipp. Oh, in Magenta. In Philipp, Philipp. Philipp, Philipp. Philipp, Philipp. Philipp, Philipp. Philipp, Philipp, Philipp. Philipp, Philipp, Philipp. Trink. Äh. Machen wir da rein in die Pipes. Joa. relocen wir聽 an! Da kann ich da nicht- wat anfangen. Badab, ba-badab. Badab, Prada. Badab. Badab. Din... 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 Dil-Din... Din... Teh-et. Wir machen das so. Das Lied, was gerade läuft, ist das, was im Video durch YouTube gesperrt wurde. Und das aber geregelt wurde. So, 16 Mal das gleich aufbauen, wir schaffen's, tschakka. Jo, wir schaffen's. Ich hätte es eigentlich auf der Ecke sitzen können. Ja, der Baumeister. Ich hätte es nicht. Klar, du magst Bob, der Baumeister. Nein. Sei ehrlich. Du stehst doch auf. Bob ist dein Vorbild. Nein. Doch. Doch, doch, doch. Bob ist dein Vorbild. Ah, 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 ah. Sing's auch immer damit. Nö. Oder Barney. Barney. Du. Mist, hab ich jetzt, hab ich jetzt rechts rum gemacht? Ja, ich hab immer rechts. ja genau 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 das war es mal gut so dass ich nur so wenig habe es gibt auch sowieso nicht mehr so viele viele sind noch special aber da weiß ich nicht das rezept oder die zucht von ich die machen muss noch blaues holz apfel sei schon affenbaum ist auch noch ich glaube der ist sogar blau dann gibt es noch papa ja ich glaube kakao gibt es auch noch was du mal kurz zeit dass wir gucken ja warte ich komme wo bist du denn ja wo ich doch einfach eigentlich weiß nicht mehr den befehl das ist das problem tp flash warum ist es hier dunkel ach so stehen wir es läuft bei dir bäume bäume ja wenn die zweite alle wenn die das ist das ist einer der beschissensten bäume die hier das ist der marvel kack naja aber schießen hat das ist ja das müsste her der balser ja den gibt es in verschiedenen formen ich habe auch nur die erste variante es gibt auch den balser in dieser version hier der hier das so dicker ist das ist aber so schwierig das hinzuzüchten ich muss sie dann genau wie die bienen einfach analysieren und immer wieder zusammenpacken immer wieder das ist nur schwieriger dann mache ich lieber die erste sorte und mache vielleicht im nachhinein wenn wir ich doch lange aber noch mal eine andere weil die ist eingestauchter und so fülliger glaube ja doch doch ich glaube der wird ein bisschen kleiner sein ich glaube die größe aber so so ich sag mal so fett wie der hier ja das ist ja so eine höhle hier na dieses ding hier finde ich der wind war low kann sie so einen höhlen eingang machen hier das würde ich auch machen warte mal das ist ein weg na der hier ist mal ganz ernsthaft setzen dingen noch irgendwo dran ich weiß nicht ob der auseinander fallen wird mach hier hier die mauer hier entlang so mach hier nur einen gang rein macht da weiß ich nicht nicht ja also so in der ecke ich weiß gar nicht wie der aussieht warte mal ist der offen warte mal wir gehen mal hier rein dann kannst du kam mal mit rein hier so zwischen so eine eckbank rein machen oder so hier so einfach so eine eckbank rein naja warum so einfach nur so just for fun so im baum kaffee und kuchen feiern da bleibst du da drin und hier bist schon draußen ne weil diesen ein baum der wird nämlich riesengroß sein ich glaube der geht ich glaube die höher nimmt er an hier wo ich jetzt bin so die schafft er auf jeden fall ja aber der sollte dann eher hier unten mit hin ja der wird das musst du offen lassen wenn du hier unten die großen bäumen setzt dann musst du das offen lassen das soll ja aufbleiben achso ja aber wie ist das mit den schmetterlingen die hauen ja irgendwann ab die ich dachte die sollen drin bleiben hä hier kommt ein zaun rum das hier bleibt auf aber ab ab der höhe dann wird das zugemacht achso okay hier die fläche hier bleibt auf hier zwischen meine ich das bleibt auf okay ja achso da ja okay gut ich glaube warte mal dann suche ich mir mal schon mal da fange ich das nämlich gleich an guck mal das soll ja so sein ich kann grad nicht gucken ich kann nicht gucken ich kann nicht gucken nein ich muss grad wo hab ich das denn mhm oh gleich fällt die tastatur runter ist das das hier da ist es ach silver birch heißt sie ähm sequoia wo ist denn der sequoia carpock den hab ich auch noch nicht ähm äh der ist 3x3 der sequoia boah der grandia äh äh der ist auch 3x3 und der ebony den schaffst du auch auf 3x3 plus mhm okay das ist das ähm ich guck gerade wo hab ich denn den komischen scheiß sequoia das fehlt noch was mhm ah wo ist der denn sequoia sequoia spiri den kann ich nicht weiß ich nicht warum ich den nicht züchten kann den hab ich bisher noch nicht gekriegt mhm da sequoia mudame lerche und äh pulbein ja du schaffst das schon ja das ja du schaffst das schon sagst du so einfach das ist beschissen mhm kann ich jetzt schon mal anpflanzen kann ich wieder ne woche warten bis die ganzen dinger fertig sind mhm vorher brauchst du da nix abschlagen mhm 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 hab ich denn davon welche naja pulbein und mudame da haben lächer auf jeden fall pulbein 1 2 3 4 5 und es juckt am kopf da 1 2 3 4 5 mhm 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 obwohl hier sind noch paar sticks drin mhm mhm aber das ist auch nicht mehr das meiste mhm 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 kindern mhm 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 mit zeite manne geht schnell um was erwartest du zentos gar nix na ja siehst du